Scheitert eigentlich der Mensch oder scheitert die Idee? Für mich hat Scheitern tatsächlich eine Art endgültige Beschreibung eines Zustands. Und auch gescheitert klingt ja erstmal so ein bisschen abgeschlossen, was ja auch erstmal richtig ist. Es suggeriert aber, dass es nicht weitergeht, was natürlich falsch ist. Das sagt Martin Almendinger. Er und seine Kollegen wollten eine Software zur Entscheidungsfindung, die sie in einem Forschungsprojekt entwickelt hatten, auch am Markt etablieren. Waren damit aber nicht erfolgreich. Für seinen Traum vom eigenen Unternehmen war das aber sogar hilfreich. Heute weiß er, wer mit seiner Idee keine Lösung für ein Problem liefert, der wird scheitern. Wir sprechen darüber, wie Martin Almendinger die richtige Idee für sein Unternehmen gefunden hat. Ich bin Anja Bolle. Schön, dass ihr dabei seid. Der Flopcast. Wenn Scheitern zu neuen Träumen führt. Euer Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. In Kooperation mit Lexware. Martin Almendinger ist ganz am Anfang seiner Karriere schon gescheitert. Mithilfe eines Gründungsstipendiums konnten er und seine Kommilitonen ein Forschungsprojekt weiterführen und damit an den Markt gehen. Erfolgreich waren sie damit aber nicht. Nach etwas mehr als einem Jahr war die Idee gescheitert. Aus diesem Flop hat Martin Almendinger viel gelernt. Vor allem für seine eigene Karriere als Gründer und Geschäftsführer von OMM Solutions, einer IT- und Beratungsfirma in Stuttgart. Außerdem steht er heute Gründerinnen und Gründern zur Seite und hilft ihnen, die passende Geschäftsidee zu entwickeln. Denn manchmal ist es gar nicht so einfach, die überhaupt zu finden. Hallo Martin. Herzlich willkommen im Flopcast. Hallo Anja. Ich freue mich, hier zu sein. Du sagst selbst, dass dein Projekt damals gar nicht gescheitert ist, sondern du sagst, dass ihr nicht erfolgreich wart. Wo liegt da für dich der Unterschied? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, da muss man ein bisschen zurückgehen und sagen, was heißt denn überhaupt gescheitert und was ist gescheitert? Und du hast gerade ganz schön schon gesagt, scheitert eigentlich der Mensch oder scheitert die Idee? Das ist nämlich, glaube ich, ein ganz großer Unterschied. Für mich hat Scheitern tatsächlich eine Art endgültige Beschreibung eines Zustands. Und auch gescheitert klingt ja erstmal so ein bisschen abgeschlossen, was ja auch erstmal nicht richtig ist. Es suggeriert aber, dass es nicht weitergeht, was natürlich falsch ist. Es geht laufend weiter. Und ich denke, würde man sagen, jeder scheitert jeden Tag bei verschiedenen Sachen oder im Laufe des Lebens. Die Frage ist einfach nur, macht man weiter und nimmt man daraus irgendwas mit? Und ich würde heute sagen, wir haben da extrem viel mitgenommen für uns. Und ich sage deswegen wahrscheinlich auch nicht erfolgreich, weil wir heute erfolgreich sind. Aber das damals sehr wichtig war für uns, um erfolgreich zu sein. Und da ist eben auch die direkte Verknüpfung miteinander. Also diese Erfahrung 2012, 2013, die wir da gemacht haben, die ist essentiell gewesen für unseren Erfolg, den wir jetzt haben. Dann lass uns mal zurückblicken, was damals so passiert ist. Vor gut zehn Jahren hast du dann zusammen mit Kommilitonen eine Plattform entwickelt, die bei der Entscheidungsfindung helfen sollte. Wie genau hat das funktioniert und welche Art von Entscheidungen ging es da? Genau, also da muss ich gleich schon mal in Anführungszeichen korrigieren. Es waren quasi keine Kommilitonen, sondern gute Freunde von mir, mit denen ich eben dann auch gemeinsam den Weg gegangen bin. Und mein einer Gründerkollege, der war eben an einem Fachgebiet, die sich eben mit diesem Thema elektronische Verhandlungsführung beschäftigt haben, forschungsseitig. Forschung auch global, auch erfolgreich, alles gut. Und da ist eben auch, weil das eben am Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik war, hatte man eben natürlich auch die Fähigkeiten, um sowas auch digital abzubilden. Die Idee war grundsätzlich, sämtliche Verhandlungen, egal was für Verhandlungen, einfach digital abzubilden und Entscheidungsunterstützungsfunktionen einzubauen. Wo ich quasi eher in der Lage bin zu überlegen, wie kann man gemeinsam sich in einer Verhandlung besser stellen. Weil der Klassiker ist ja immer so, oder so wird suggeriert, man verhandelt und dann kriegt der eine das eine und der andere das andere nicht. Aber das ist quasi nicht die Idee der Harvardischen Verhandlungsführung, sondern es geht darum, den Kuchen größer zu machen. Und über das, was einem weniger wichtig ist, wenn es um etwas geht, was man verhandelt, da auch nachzugeben. Und das, was man unbedingt möchte aufgrund seiner Präferenzen, eben dort sich durchzusetzen. Und eben diese Lösung hat unterstützt dabei, bei dieser, ich nenne es mal Präferenzfindung, einem wichtig oder klar zu werden, was ist mir eigentlich wichtig und was ist mir nicht wichtig bei dieser Verhandlung. Und theoretisch könnten das alle Formen von Verhandlungen sein. Also das können Verhandlungen sein über, weiß ich nicht, irgendwelche Verträge, Dienstleistungsverträge oder über Gegenstände oder über auch selbst gerichtliche Auseinandersetzungen kann man theoretisch darüber abbilden. Also so gesehen schon maximal flexibel. Und das Ganze dann mathematisch berechnet. Genau, richtig. Das ist dann einfach eine Präferenzberechnung, um halt einfach ein Optimum dann einfach zu berechnen. Und es war ein Uni-Projekt, oder? Wie ist denn daraus ein Start-up-Unternehmen geworden? Genau, das ist tatsächlich, also das ist wirklich pure Forschung. Das läuft auch heute immer noch, also wird immer noch daran geforscht an dem Thema. Und damals war das so, dass eben mein Mitgründer, weil er eben ein Fachgebiet war, überlegt hat, auch kann man nicht daraus auch mehr machen. Und hat dann mit mir eben auch darüber ausführlich gesprochen, weil wir uns eben schon sehr, sehr lang kennen. Und da hat er gesagt, wenn er das angehen will, dann kann er sich das nur sehr gut mit mir vorstellen. Und ich war aber damals noch voll in meinem BWL-Track-Studium nach dem Motto, okay, danach geht man dann irgendwo dann eher in die Richtung Beratung und so weiter. Und dann haben wir uns dann mal ein paar Mal hingesetzt und überlegt und gesagt, okay, ja, es könnte schon grundsätzlich Sinn machen. Und haben dann eben einen Exist-Gründerantrag gestellt, um zu gucken, genau, wird es oder ist es überhaupt förderwürdig? Und können wir daraus dann eben ein sogenanntes Spin-Off, also quasi aus der Hochschule heraus in den Markt vornehmen? Genau, das war so die Situation. Okay, dann gab es dann ein Stipendium und dann dachte man sich, okay, wir gehen jetzt mal live und gucken, wie der Markt darauf reagiert. Ich habe es ja vorhin schon angeteasert, nicht so gut. Wie lange habt ihr dann daran gearbeitet, bis ihr gemerkt habt, okay, das wird jetzt am Markt nichts? Ja, also wir haben auf jeden Fall, würde ich in Summe sagen, über eineinhalb Jahre reingesteckt. Das Besondere war, der Forschungsprototyp, der existierte schon, das heißt, die Applikation, die gab es. Wir haben die Usability dann nochmal angepasst, dass man irgendwie ein bisschen bessere Oberfläche hat, dass es ein bisschen intuitiver ist, dass es auch an mobile Endgeräte angepasst wird und so weiter. Das war halt damals natürlich irgendwo schon auch eine, da zu dem Zeitpunkt dann eigentlich schon auch eine Voraussetzung. Und dann sind wir quasi losgezogen und haben gesagt, so, wir haben hier diese Lösung, ist es interessant. Und sind quasi wirklich ans komplette Netzwerk herangetreten, was wir so hatten und haben gesagt, okay, siehst du da irgendwelche Anknüpfungspunkte? Und das haben wir gemacht und gemacht und gemacht. Und natürlich merkt man dann auf dem Weg, okay, viele verstehen die Lösung gar nicht. Viele sagen, ja, da gibt es aber zehn Vorbedingungen, damit es überhaupt eingesetzt werden kann. Und dann haben wir immer mehr gelernt und gemerkt, okay, was für ein Problem lösen wir eigentlich? Und gibt es dazu überhaupt ein Problem? Und mussten dann leider ernüchternd nach so vieler Zeit feststellen, dass wir eigentlich gar kein richtiges Problem lösen. Es ist, ich sag mal, wissenschaftlich gesehen schon ein Problem. Aber menschlich gesehen, von uns selber ausgehend, es ist eigentlich kein wirkliches Problem. Das ist, sag ich mal, die erste Bedingung. Die zweite Bedingung ist, da gibt es überhaupt dafür einen Markt. Also lösen wir damit jemanden so ein starkes Problem, dass er sogar bereit ist, dafür Geld zu bezahlen. Und das war eben auch nicht der Fall. Wir haben da am Ende tatsächlich zwei Berater kennengelernt in Europa, die sich darauf spezialisiert haben, bei Verhandlungen zu trainieren oder Verhandlungsführungen zu trainieren. Die haben das dann eher noch als Trainingstool gesehen, so ein bisschen als Assistent, so was wir jetzt eigentlich mit JetGPT haben, dass ich eben ein Gegenüber habe. Also Dialogsysteme, die mich dann challengen, dass ich das trainieren kann. Aber das war dann auch das Einzige, was wir da gefunden haben. Und haben auch dann gemerkt, okay, so einen richtigen Markt für Verhandlungen gibt es gar nicht. Was habt ihr denn dann aus dem Scheitern beziehungsweise dem Nicht-Erfolgreich-Sein gelernt und mitgenommen? Also erstmal, also ganz, ganz, ganz viel. Ich denke mal, das eine ist natürlich für jeden selber mental zu merken, dass mal auch was nicht funktioniert, auch wenn man erstmal sehr, sag mal, methodisch, rational an die Sache rangeht. Ja, auch das Learning zu sagen, nur weil es eben Wissenschaft ist, heißt es nicht per se, dass man deswegen dann auch in der Wirtschaft erfolgreich ist. Ich glaube, das war auch ein Riesen-Learning, weil man ja doch sehr viel Respekt vor Wissenschaft logischerweise hat und denkt, alles, was in der Wissenschaft passiert, hat quasi automatisch auch eine Daseinsberechtigung in der Wirtschaft. Das ist aber halt nicht so. Es gibt ganz, ganz viel Forschung, die nie Anwendung findet in irgendeiner Form. Dann haben wir natürlich viel über uns selber als Team gelernt. Wer kann was? Also da auch überhaupt sich mal zu sortieren und zu sagen, okay, wir sind eigentlich doch ein ziemlich komplementäres Team. Wir sind eigentlich ziemlich gut. Es war uns so eigentlich am Anfang gar nicht bewusst, wie gut wir sind. Ja, das klingt jetzt banal, aber man hat ja noch nie wirklich auch als Team in dem Sinne zusammengearbeitet an einem Projekt. Learning war natürlich dann auch eben Stichwort Markt. Also wirklich mal in Märkten zu denken, in Problemen zu denken, das ist auch was, was uns heute als Firma extrem auszeichnet. Also das haben wir wirklich kulturell bei uns auch sehr stark verankert, dass jeder Mitarbeiter in der Lage ist, Probleme zu benennen, in Problemen zu denken und nicht nur die Lösung zu bauen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Und natürlich auch alles, was dann eben Richtung Märkte geht. Also Märkte zu analysieren, zu verstehen, warum bezahlt wer was, wann ist eine Zahlungsbereitschaft da, wie funktionieren Märkte überhaupt, wann gehen Märkte überhaupt auf. Ja, also auch so Charakteristikum von Märkten. Und so gesehen ist das, was damals so ein bisschen, ja, also unsere Schwachstelle war, ist heute halt tatsächlich auch irgendwo zur Stärke geworden. Ja, weil wir da einfach jetzt viel, viel anspruchsvoller auch an unsere eigenen Vorhaben sind, die wir heute auch betreiben. Ja, und nicht, sage ich mal, einer Idee ewig nachhängen und sagen, oh, das wäre doch eigentlich ganz schön, weil wir die Idee hatten, sondern einfach knallhart da auch zu sagen, okay, ganz ehrlich, will das der Markt, braucht das der Markt oder braucht das nicht. Also eine ganz radikale Sicht auf den Markt und das Problem am Markt. Schon relativ radikal, zumindest für mich persönlich, also ich kann es nur für mich persönlich sprechen, für mich relativ radikal, weil ich natürlich auch Betriebswirt bin und da natürlich dann auch das nochmal viel, viel stärker betrachte. Und du hast auch vorher angesprochen, dass wir ja auch immer wieder junge Menschen da haben oder auch manchmal ältere Menschen, die tatsächlich überlegen, sich selbstständig zu machen. Und tatsächlich ist es ja jetzt nicht mal eine Art, jemanden zu entmutigen. Ich finde es immer toll, wenn jemand anfängt, was zu starten, aber man muss es, glaube ich, schon mit der notwendigen, wie soll ich sagen, Skepsis und Rationalität auch tun. Wir sind eh euphorische Wesen und wir lassen uns auch schnell dann begeistern für Ideen, aber das kann natürlich auch, wie soll ich sagen, einem sehr viel Ressourcen und Zeit kosten, wenn man dann die falsche Idee zu lang reitet. Und wenn du dann unterstützend zur Seite stehst, fragst du wirklich direkt so, ja, was ist denn das Problem, was du mit deinem Projekt lösen möchtest? Das ist radikal, absolut. Ich will genau verstehen, ob der mir das Problem beziffern kann, ob der mir das qualifizieren, quantifizieren kann. Wenn der nichts darüber weiß, weiß ich, er hat eigentlich noch keine Gedanken über die Idee gemacht. Und da kommen wir auch schon eigentlich zu einem größten Problem nach wie vor. Ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen, aber in Deutschland, das sehe ich immer gerne, gerade auch, wenn man mit Studierenden, aber auch mit Führungskräften zusammenarbeitet. Wenn man fragt, was ist deine Idee, dann werden eigentlich zu über 95 Prozent Lösungsvorschläge genannt. Es werden keine Probleme genannt, einfach weil wir nicht in Probleme denken wollen oder können. Und deswegen ist es das umso mehr, wo ich meinen Finger in die Wunde lege und sage, okay, was ist denn das Problem konkret? Und woran machst du fest, dass es auch ein werthaltiges Problem ist? Und spätestens dann verabschieden sich dann eigentlich schon die Ersten und sagen, okay, ich kann nichts dazu sagen, ich weiß es nicht. Jetzt gibt es ja aber aus Marketing-Sicht auch dieses Denken, okay, ich habe hier eine Lösung für ein Problem, wo die Menschen noch gar nicht wissen, dass sie dieses Problem haben. Ich verkaufe das jetzt aber so, dass das unbedingt alle haben wollen. Ja. Das geht doch auch, oder nicht? Das geht auch. Ich meine, es gibt ja manchmal so böse Sätze, die sagen, man braucht viel Marketing, wenn man Lösungen hat, die keiner will. Idealerweise ist das Problem so offensichtlich, dass es irgendwie auch jeder braucht. Vielleicht ein ganz triviales Beispiel, die Teststationen während der Corona-Zeit, da haben ja sehr viele Menschen dann doch sehr viel Geld verdient damit. Das Problem war offensichtlich, man musste sich testen lassen, irgendeine Form hat diese Nachweise auch gebraucht und die Lösung war dann auch in dem Sinne offensichtlich. Es gab halt viele Stände, die dann halt einfach diese Tests halt abgenommen haben und übernommen haben. Am Anfang ein bisschen analog und Papier und dann immer digitaler und automatisierter. Aber am Ende ist das natürlich viel, viel besser, eigentlich sowas Nahliegendes erstmal zu machen. Natürlich gibt es jetzt auch Innovatoren im Markt und da teaserst du uns ein bisschen an, dass vielleicht ein Unternehmen sagt, die wissen noch nicht, dass sie das eigentlich brauchen und denen gebe ich das jetzt einfach mal. Ich glaube, da ist sicher ein Beispiel, was man gern nennt, ist von Apple damals das Tablet gewesen, das iPad, wo viele eigentlich gesagt haben, es löst eigentlich überhaupt kein Problem. Und für Apple war es aber logisch, einfach ein größeres, innerhalb von ihrer Produktfamilie, einfach ein größeres Gerät noch zu machen, mit einem größeren Touchscreen, was man einsetzen kann. Jetzt kann man sich natürlich aber auch die Frage stellen, ist das wirklich so? Weil, wenn ich jetzt mal zu jemandem ins Wohnzimmer gehe und sage, okay, wie hat jemand zum Beispiel Reisen gebucht, wo er ein bisschen recherchieren muss, wo er sich auch Dinge angucken muss, dann ist es natürlich auf einem Smartphone, das zu tun, jetzt nicht so komfortabel. Deswegen habe ich das meistens immer an einem Computer gemacht, mit einem großen Bildschirm und so weiter, zu Hause. Aber das Tablet hat eigentlich dazu beigetragen, dass ich dann doch Teilaufgaben, die ich bisher an einem festen Rechner am Schreibtisch gemacht habe, halt dann doch einfach irgendwie auf der Couch gemacht habe. Und ich sage mal so, so gesehen ist das schon auch ein Problem, was ich löse, weil ich einfach mehr Komfort dann auch irgendwo haben will. Also ich will nicht sagen, dass man faul ist, dass es irgendwie das Problem ist, was gelöst wird. Aber da kommt man natürlich jetzt schon auch ein bisschen auf abstrakte Levels, wo man schon herleiten kann, dass auch das, also auch ein Tablet, ein Problem gelöst hat in irgendeiner Form. Aber natürlich finde ich das auch nur raus, wenn ich Dinge probiere. Und es gibt ja sehr viele Produktflops. Es ist ja nicht so, dass jedes Produkt funktioniert. Natürlich müssen da mehrere Faktoren dazukommen. Aber ich meine, was offensichtlich war, Apple hat halt einfach diese ganze Usability so radikal vereinfacht und verändert, dass es auch einfach sehr viel Spaß gemacht hat, auch mit diesen Geräten zu agieren. Und dementsprechend, glaube ich, war das gar nicht so unwahrscheinlich, dass es auch so zum Erfolg wird, wie es dann wurde. Ja, und wenn es nicht so viele Flops geben würde, hätten wir in diesem Podcast auch, glaube ich, gar nicht so viel zu besprechen. Genau, absolut. War denn Gründen immer schon dein Traum? Ich sag mal, ob Gründen weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, ich hab schon immer ein unternehmerisches Mindset gehabt. Also ich hatte schon immer gemacht. Ich hab einfach Dinge getan. Ich wollte irgendwie meine Wirksamkeit feststellen. Ich wollte dasselbe erfahren. Ich wollte irgendwie einen Effekt von meinem Tun irgendwo spüren und nicht irgendwie nur zuarbeiten und dann das Ergebnis gar nicht mehr mitbekommen. Das war nie meine Motivation. Das hat sich auch schon früher im Kleinen gezeigt. Also ich hab früher auch beispielsweise ja Kleinigkeiten. Ich hab mal als DJ agiert, hab dann verschiedene aufgelegt, hab dafür Geld bekommen. Hab damals auch bei, ich sag mal, beim Aufkommen vom Internet auch für Schulkameraden damals auch Dinge runtergeladen und dafür Geld bekommen. Einfach, weil ich halt dann einfach auch schon Zugang hatte zu Internet, auch DSL und Co. Das heißt, dass man daraus irgendwie immer wieder ein Business machen kann und das immer wieder so nebenher betreibt, das war von Anfang an eigentlich schon immer so bei mir. Nun, wir waren nicht bewusst, dass das halt irgendwie unter Entrepreneurship läuft. Das hat mir nie jemand gesagt und es wurde ja auch in den Bildungseinrichtungen auch nie vermittelt. Selbst in meinem BWL-Studium war das erstmal überhaupt kein Thema. Ich erinnere mich noch so an ein Studium, Generale. Das war dann irgendwie mal im zweiten Semester, das waren drei Sessions. Da ging es mal darum, einen Businessplan zu schreiben. Aber das war es dann auch. Und dann ansonsten wurde man damit gar nicht mehr konfrontiert. Natürlich hat sich da sehr, sehr viel getan in den letzten fünf, acht Jahren in die Richtung. Aber dass man natürlich dann gründet im Sinne von, man fängt mal was an, das ist natürlich dann die logische Konsequenz daraus. Aber am Ende fällt mir der Begriff Unternehmer da besser als der Begriff Gründer, weil Gründen heißt ja nur, ich fange an. Unternehmer ist für mich, ich ziehe das durch. Das ist für mich auch eine Lebensaufgabe, in Anführungszeichen, oder auch eine Bestimmung. Und ich bin quasi Unternehmer in meinem Leben auch. Also ich unternehme generell die Dinge. Wenn du dann so sagst, dass das BWL-Studium einen gar nicht so wirklich auf Gründen und Unternehmer sein vorbereitet hat. Wie hast du dich denn dann darauf vorbereitet, abgesehen jetzt von der Entscheidungsfindungsplattform, die nicht funktioniert hat? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vorbereiten ist, glaube ich, generell schwierig, weil vorbereiten würde heißen, es gibt dann eben eine, wie soll ich sagen, einen Zeitpunkt, wo man dann abliefert und dann ist alles gut. Es ist natürlich eben ein dauerhaftes Lernen. Also wenn man den unternehmerischen Weg geht, du lernst jeden Tag irgendwas. Und auch mit dem Fortschreiten, wenn das Unternehmen wächst, wenn man mehr Mitarbeiter hat, lernst du auch plötzlich ganz neue Sachen. Das heißt, so ein bisschen ist wahrscheinlich die Wahrheit, du kannst dich nicht richtig darauf vorbereiten. Du kannst nur den Weg einfach gehen und bereit sein, immer dazuzulernen, jeden Tag aufs Neue. Was man natürlich schon machen kann, ist einfach auf Basis von Dingen, die man mal ausprobiert hat, zu lernen oder was ich dann auch gemacht habe, ist, dass ich so viel darüber wissen wollte über Entrepreneurship, also mehr als das, was ich tue, dass ich tatsächlich entschieden habe, nochmal an die Uni zu gehen und dann eben fünf Jahre zu promovieren eben im Bereich Entrepreneurship, weil ich so sehr wissen wollte, warum waren wir nicht erfolgreich? Also was wissen wir wissenschaftlich quasi über Unternehmertum? Und das war für mich im Nachgang ein riesen prägender Schritt, weil ich dadurch jetzt eine absolute Nüchternheit auch bezüglich vielen medialen Themen entwickelt habe, dass ich das sehr schnell einordnen kann, was quasi für einen Unternehmer okay ist und was dann vielleicht auch irgendwo nicht so okay ist. Also Kleinigkeiten, dass zum Beispiel Gründer tendenziell oder Unternehmer tendenziell overconfident sind, also dass sie natürlich mehr an ihre Idee glauben, als es vielleicht tatsächlich überhaupt, ja wie soll ich sagen, berechtigt ist. Da gibt es so Ausprägungen, das zeigen Studien, dass natürlich die Menschen auch einem Bias selber unterliegen. Die motivieren sich so sehr selber, dass sie eben erfolgreich sind, weil es echt ein harter Weg ist, dass man natürlich zur Overconfidence neigt, zur Selbstüberschätzung auch irgendwo. Und da gibt es ganz viele Elemente in der Wissenschaft, die ich dann schon nutzen kann, um mehr über Entrepreneurship an sich auch zu lernen und zu verstehen. Du hast dann OMM Solutions gegründet. Bevor wir jetzt darüber sprechen, was ihr da offenbar richtig gemacht habt, weil die Firma gibt es jetzt seit kurz zehn Jahren, kannst du kurz erklären, was OMM Solutions macht? Ja, wir selber bezeichnen uns, sage ich mal, aus einer Kombination, aus einem Innovationsbegleiter und einem Technologieumsetzer. Du hast vorher auch eingangs gesagt, Unternehmensberatung, ich glaube, da haben alle dann immer sofort ein gewisses Bild. Tatsächlich würde ich sagen, die Unternehmensberatung, wie wir sie kennen, die stirbt auch immer mehr aus, einfach auch aufgrund des Einsatzes von Technologien und von KI. Und erstmal sind wir im Herzen eine sehr starke Tech-Company. Das heißt, wir setzen verschiedenste Technologien selber ein. Wir sind komplett digital. Es ist eine Grundvoraussetzung, bei uns zu arbeiten, sich damit irgendwo auszukennen. Und darauf aufbauend gibt es dann verschiedene Services, die wir erbringen. Ja, natürlich zum Beispiel auch Strategieentwicklung. Ja, das ist natürlich eine klassische Leistung in der Regel bei Unternehmensberatungen. Nur, wir machen das halt mit einem sehr starken Technologieverständnis, weil wir damit natürlich auch Firmen viel einfacher und leichter helfen können, zu sagen, wo müsstet ihr euch denn in den nächsten fünf Jahren hin entwickeln? Und wenn ich halt nicht dieses Technologieverständnis habe, dann ist es natürlich extrem schwer, sich vorstellen zu können, wo die Welt irgendwo in drei, vier, fünf Jahren steht. Und dadurch haben wir eben heute, sage ich mal, ein Segment gefunden. Wir fokussieren uns vor allem auf den Mittelstand und bieten dort eben aus einer Hand, so ein bisschen One-Stop-Shop-mäßig, eben von der Strategie bis zur Umsetzung mehrere Leistungspakete. Dann frage ich jetzt mal deine Lieblingsfrage, was war denn das Problem, was ihr mit OMM Solutions löst? Oder was ist das Problem? Also, da würde ich ganz, ganz meta antworten und sagen, dem Mittelstand fehlt die Orientierung und die Kompetenzen, um die digitale Transformation zu bewältigen. Und das ist das, was wir lösen. Das heißt, wir bringen die Kompetenzen ein, die die Mittelständler zum Teil nicht haben. Wir bringen die Ideen ein, die Gedanken, wo sich eine Firma hintransformieren sollte oder können sollte. Kann ich auch gleich noch ein paar Beispiele bringen. Und man denkt immer so, das müsste doch eine Firma von alleine schaffen. Aber das ist halt nicht so. Das ist vielleicht bei den Großkonzernen so, bei Bosch oder bei Mercedes. Die haben so viele Ressourcen, die können sich dann mit jedem Trend beschäftigen und die können dann auch jeden Technologietrend mal ausprobieren, mitnehmen. Das kann der Mittelstand ja gar nicht. Also, die haben gar nicht diese Ressourcenvielfalt, um da sich einfach mal monatelang mit einfach irgendeinem Randthema zu beschäftigen. Ja, so funktioniert es nicht. Da ist viel mehr Druck drauf, sage ich mal, dass Dinge auch funktionieren müssen. Und da haben wir uns einfach sehr, sehr stark darauf positioniert. Und dadurch, dass wir auch das aus Stuttgart heraus machen und wir hier auch in Süddeutschland natürlich gesegnet sind mit mittelständischen Unternehmen, haben wir so gesehen da auch einfach sehr, sehr viel zu tun. Gab es denn da bei der Gründung so viele Marktanalysen und Brainstormings, so welche Lösung für welches Problem noch fehlen könnte bei der Gründung? Tatsächlich da gar nicht. Da waren wir pragmatischer, weil wir natürlich, also klar, wir haben schon gewusst, wer ungefähr was Ähnliches macht. Aber am Ende ist der Wettbewerb eigentlich für uns tatsächlich heute gar kein relevanter Parameter mehr, sondern es ist nur ein Zeichen, dass Märkte funktionieren. Ich glaube, das war auch mit eines der größten Learnings. Wir wurden immer auch von Investoren gefragt, gibt es denn Wettbewerb? Und wir haben dann immer ganz stolz gesagt, es gibt gar keinen Wettbewerb für unsere Verhandlungsplattform. Und irgendwann haben dann, und dankenswerterweise, uns da auch Leute das Feedback gegeben und gesagt, naja, wenn es keinen Wettbewerb gibt, dann gibt es auch keinen Markt dahinter und funktioniert da auch nicht. Natürlich kann man dann sagen, ja, die ganz tollen Unternehmen, die schaffen ganz neue Märkte. Aber ich sage mal so, ganz, ganz neue Märkte zu schaffen, ist natürlich immer eine Herausforderung. Das schaffen nur die wenigsten. Und oft ist es einfach eine Umverteilung von Märkten. Also es gibt einen gewissen Markt schon. Vielleicht das einfachste Beispiel, zum Beispiel gab es schon immer Kinderkassetten früher. Ja, und jetzt ist es halt die Tony-Box. Ja, also das ist, am Ende ist es quasi der gleiche Markt. Nämlich, ich nehme die gleichen Budgets. Eltern kaufen irgendwie Audio-Inhalte für ihre Kinder. Und jetzt sieht es halt einfach anders aus, mit einem anderen Gewand. Aber der Markt ist eigentlich gleich geblieben. Nur die Lösung sieht ein bisschen anders aus. Und vielleicht ist das Problem auch an manchen Stellen ein bisschen anders geframed. Aber ansonsten ist der Markt eigentlich immer noch der gleiche. Und das sind, glaube ich, dann so die spannenden Sachen. Also wir haben natürlich uns grob angeschaut, was gibt es da für Marktbegleiter. Aber tatsächlich ist es viel relevanter, was will der Kunde? Wie komme ich auf den Kunden? Wo können wir den Kunden am ehesten helfen? Und wir haben wirklich mit ganz simplen Projekten am Anfang angefangen. Wir haben einfach am Anfang einfach Software entwickelt für manche Kunden. Die haben uns gesagt, wir brauchen da eine technische Lösung, die ungefähr das kann. Und dann haben wir es halt gemacht. Und das hat sich natürlich immer weiterentwickelt und weiterentwickelt. Es kamen immer mehr Anfragen und immer mehr Ideen. Was könnte man denn tun? Und bis zu einem sehr breiten Leistungsspektrum, wo wir eben von der Strategie bis zur technischen Umsetzung auch alles abbilden können. Und uns natürlich auch intern so darauf eingestellt haben oder aufgestellt haben, dass wir das auch aus einer Hand machen können. Um dann an einem Markt, der auch Konkurrenz hat, nicht zu scheitern. Wie macht man es dann, wenn man ja nicht die einzige Firma ist, die dann diese Idee hat oder diese Lösung für ein Problem? Braucht man da irgendwie einen unique selling point? Ist das irgendwie ein Preiskampf, den man dann da eingehen muss, um halt nicht nochmal zu scheitern? Also ich habe da auch eine sehr radikale Sicht drauf. Ich sage mir, solange ich innovativ bin, muss ich mich auf den Preiskampf nicht einlassen. Eigentlich. Über einen Preis am Ende nur verglichen zu werden, ist für mich immer das Schlimmste, was es gibt. Und weil, wenn ich sonst nichts habe, wo ich mich differenzieren kann, außer der Preis, dann würde ich als Unternehmer irgendwas falsch machen. Also das ist mein persönlicher Anspruch. Deswegen habe ich da immer so ein bisschen die Sicherheit für mich, dass ich sage, solange ich innovativ bin und die Dinge ein bisschen anders mache als der Wettbewerb, dann bin ich eigentlich auf der sicheren Seite. Das ist, sage ich mal, vielleicht so ein bisschen das eine zu diesem Thema, wie sieht es mit dem Pricing da aus? Oder was sind da vielleicht die Differenzierungsmerkmale? Natürlich brauche ich immer eine, wie soll ich sagen, ein Unfair Advantage, heißt es ja auch. Also genau, früh ist es auch viel Unique Selling Point oder Unfair Advantage. Ich brauche irgendwie einen unfairen Vorteil, den andere nicht haben. Und das ist, glaube ich, bei uns allein in dem Markt, wo wir unterwegs sind, ich nenne es jetzt mal zum Beispiel Unternehmensberatung, ist der Unfair Advantage, dass wir ein tiefes technologisches Wissen haben, was die typischen Unternehmensberatungen nicht haben, beispielsweise. Und der Unfair Advantage bei IT-Dienstleistern oder in dem Markt der IT-Dienstleistungen ist es so, dass wir eben strategische Kompetenz haben, was eben die meisten IT-Dienstleister auch wiederum nicht haben. Das heißt, wir nutzen quasi das aus, dass diese Märkte, beispielsweise Unternehmensberatung und IT-Dienstleistung immer mehr zusammenkommen, also eine Konvergenz, die da eintritt. Und wir haben uns halt schon sehr, sehr früh darauf eingestellt, dass diese Märkte zusammenkommen werden und dass man in Zukunft eben auf Anbieter setzt, die beides können und nicht nur eine Sache. Und das kommt uns hier, glaube ich, in dem Fall einfach zugute. Nochmal ein Blick in deine Firma. Es heißt ja auch oft, scheitern wird nicht gerne gesehen, wird schlecht angesehen, weil es keine Fehlerkultur in Deutschland gibt. Wie sieht es denn bei dir aus? Habt ihr eine Fehlerkultur? Wie geht ihr mit dem Thema Fehler scheitern um? Genau, also ich würde sagen, wir haben eine sehr tolerante Kultur. Erstmal muss ich sagen, wir haben eine Lernkultur. Wir haben eine Lern- und Initiativkultur, das würde ich sagen. Das heißt, für uns werden die Leute belohnt, die einfach mal was machen. Also da hört man schon raus, allein was zu machen, ist schon unfassbar wertvoll. Es gibt ganz viele, die warten in so eine Konsumhaltung und denken, es wird denen irgendwann hingeworfen und der Chef soll ja alles vorkauen und das Unternehmen soll ja bis ins kleinste Detail den Entwicklungspfad vorgeben. Bei uns ist es eigentlich andersrum. Wir belohnen am Ende die Menschen, die sehr initiativstark sind, einfach mal machen, mit der Gefahr, sich eine blaue Nase zu holen. Und wir sagen immer, wenn wir es nicht wollen und wenn es in die falsche Richtung geht, dann schreien wir schon laut Nein. Nein. Aber wir mussten in den letzten neun Jahren nicht einmal laut Nein schreien. Von daher ist es so, dass, glaube ich, es beides zusammenkommt. Einerseits ist es so, dass viele Mitarbeiter gar nicht so initiativstark oft auch sein wollen oder können und natürlich gleichzeitig oft Unternehmen das nicht zulassen. Bei uns ist es so, wir lassen da ganz viel zu. Das überfordert tatsächlich manchmal auch gerade Berufseinsteiger, glaube ich, ein bisschen, dass sie plötzlich diese Freiheit haben, gerade wenn sie auch Praktika gemacht haben, dann irgendwie bei großen Automobilkonzernen, wo ja alles geregelt ist bis ins kleinste Detail, kommen die dann zu uns und merken, bei uns ist quasi nichts geregelt, in Anführungszeichen. Man hat maximale Freiheit und Autonomie. Da müssen sie sich darauf erstmal einstellen und gucken immer, so darf ich das jetzt wirklich, weil eigentlich in einem bisherigen Unternehmen durfte ich ja nicht einfach mal was machen. Aber bei uns ist das entscheidend, dass man halt einfach mal macht. Und wenn man einfach macht, passieren zwangsläufig Fehler, weil in der Regel gehe ich eben bei uns, zumindest wie wir uns aufgestellt haben, alles, was wir tun, ist sehr oft neu für alle. Ja, das ist zum Teil für unsere Kunden neu, das ist für den Markt neu, das ist zum Teil für uns selber neu. Und deswegen mit einer Lernkultur stelle ich mich darauf ein, dass ich eben immer neue Dinge einfach lernen kann und lernen kann auch damit umzugehen. Und da passieren tausend Fehler, da passieren ganz viele Fehler. Wie wir das konkret gelöst haben bei uns ist, erstens natürlich, dass wir damit sehr offen umgehen und wir sehen das auch immer, was kann man daraus lernen. Nicht Fingerpointing und sagen, das war ein Fehler, sondern einfach zu sagen, okay, cool, du hast eine super Erfahrung gemacht, was können wir denn davon mitnehmen, dass das so nicht nochmal unbedingt passiert. Also es ist immer schon dieses, ja, wie nennt man es manchmal auch so, Feedforward. Es ist nicht Feedback nach hinten quasi, sondern es ist eher nach vorne schauen, zu sagen, was können wir daraus lernen und nach vorne machen. Und ich per se nutze es auch ganz stark, das mache ich einmal im Quartal, ich nenne das so ein bisschen das Extreme Ownership Meeting. Das heißt, wir gehen durch alle möglichen Fehler durch, die so passiert sind, ja, innerhalb von einem Quartal und ich lasse dann das Team bewerten auf einer Skala von 1 bis 10, was sie glauben, wie schlimm der Fehler war, warum der Fehler so schlimm war. Also ist das jetzt eher trivial, ja, oder es ist ganz schlimm gewesen, ja, und auch, was können wir tun, dass das in Zukunft nicht nochmal passiert, also was können wir daraus lernen. So, und dieser Umgang, also dieser ganz offene und ganz normale Umgang damit, der sorgt dazu, dass wir halt eine sehr hohe Toleranz bezüglich Fehlern auch haben. Und ich mag allein den Begriff Fehler eigentlich nicht, weil er halt wieder den Fokus eigentlich auf die Sache legt und eigentlich sollte es viel mehr sein, was lernt man aus dem Fehler. Merkst du denn, also ich denke mal, bei euch in der Firma wird es dann wahrscheinlich nicht so sein, aber wenn du mit Gründern, Gründerinnen sprichst, dass da noch irgendwie eine gewisse Angst, also Angst oder Skepsis vorm Scheitern oder vor Fehlern vorhanden ist? Ja, ganz sicher. Also ich glaube generell in Deutschland, wir sind ja ein Land der Perfektion, wir sind ein Land der Ingenieure, alles muss funktionieren, wir trauen uns an vielen Stellen nichts, wir sind irgendwie auch ein bisschen ängstlich, man könnte ja mal was riskieren, das ist ja ganz schlimm. Aber ganz ehrlich, gleichzeitig haben wir das ausgefeilteste Sozialversicherungssystem mit der Welt, ja, also in welches Netz, also ich falle in ein Netz, ja, das ist ja in ganz anderen Ländern ganz anders, ja, und von daher ist es glaube ich ein bisschen irrational, dass man da so eine überordentliche Angst hat. Ich glaube, das liegt so ein bisschen dran, dass man halt immer noch Angst hat, sein Gesicht zu verlieren, weil alles so perfekt ist oder so perfekt erscheint, ne, und ich dann nicht einfach mal mache, ne, also das heißt, so eine gewisse Toleranz bezüglich mal was auszuprobieren und ein Nichterfolg zu haben, die ist halt einfach gesellschaftlich bei uns nach wie vor nicht so verbreitet, ne. Ja, liegt auch sicher dran, dass wir halt einfach gesegnet sind mit so vielen Unternehmen, die da sind, ja, das heißt, dass ich einfach ins Angestelltenverhältnis gehe beispielsweise, ist ja vollkommen, ja, ich sag mal klar, weil wir haben so viele Arbeitsplätze, ja. Ja, ich muss nicht den Weg des Gründens gehen, also in Deutschland gibt es ja erstmal in Anführungszeichen, also erstmal gibt es ja eigentlich keine Notwendigkeit zu gründen, ja, weil es gibt ja genug Arbeitsplätze, es gibt genug Unternehmen, ich muss ja gar nicht unbedingt was Neues starten. Das ist natürlich fatal auf die langfristige Sicht, ne, weil kein Unternehmen wird ewig am Markt bleiben und es kann ja auch nicht die Antwort drauf sein zu sagen, wir nehmen einfach nur die Arbeitsplätze, die es gibt, sondern es geht ja schon darum, auch neue Arbeitsplätze zu schaffen und da ist es glaube ich schon so, dass da so ein bisschen auch noch der Druck fehlt, ja, das dann auch einfach zu tun, dass es einfach normal wird. Aber ich glaube, wir erleben jetzt aktuell eine ganz spannende Phase und da gibt es ja zig Meldungen jetzt in den letzten, sagen wir mal drei, vier Wochen von Unternehmen, die Stellen abbauen, dass jetzt glaube ich doch so ein bisschen der Moment kommt, wo Leute sagen, okay, eigentlich muss ich gerade in den Krisenzeiten dann wagen und mal was ausprobieren, ja, und das hat man schon in der Finanzkrise 2008 gesehen, 2009, da sind ganz spannende Firmen entstanden, eben auch aus dieser Krisensituation heraus. Zum Schluss noch eine Frage zum Thema Führungsstil. Du hast auf LinkedIn kürzlich geschrieben, dass Jürgen Klopp dein Vorbild in Sachen Führungsstil ist. Wieso? Also ich mag das ja immer, sich Personen zu suchen, die nicht unbedingt das tun, was man selber tut. Das ist mir immer ein bisschen zu trivial, weil am Ende ist das halt zu ähnlich. Ich finde es immer ganz spannend, Persönlichkeiten sich zu suchen und auch zu finden, die in einem ganz anderen Spielfeld unterwegs sind, die aber ähnliche Fragestellungen haben. Ein Fußballtrainer, der will auch gewinnen, der hat auch irgendwie ein Team, was er aufstellen muss, was auch in sich funktionieren muss, ein System. Er muss auch irgendwie eine Strategie entwickeln, damit man möglicherweise gewinnen kann. Also es gibt sehr, sehr viele Parallelen einfach auch zum Fußball und auch zum Teamsport erst mal für auch einen Unternehmer. Und Jürgen Klopp ist natürlich jemand, das hat dann aber noch sehr viel mit persönlichen Werten zu tun. Was schätzt man? Und ich bin jemand, der zum Beispiel Demut oder Bodenständigkeit extrem schätzt an Menschen. Und er ist ja da maximal bodenständig. Der macht da ja keinen Hehl draus. Der ist da total pragmatisch bei vielen Sachen. Der fährt keinen Maybach, obwohl er es sich wahrscheinlich leisten könnte. Sondern der ist da ganz, ganz bodenständig und macht einfach seine Sachen. Und gleichzeitig ist es auch jemand, der doch zugibt, dass er auch Emotionen hat. Und ich glaube, das macht uns ja auch sehr menschlich. Also nicht so ein abgeschliffener Manager, der eigentlich wie eine Maschine einfach nur funktioniert, sondern der auch so eine menschliche Seite hat, die dann auch immer wieder hochkommt, wo man sagt, geil, das ist ein cooler Typ. Der ist ganz menschlich. Und die Kombination aus den vielen Facetten, also irgendwo Erfolg, dann diese Bodenständigkeit und auch diese Emotionalität, das ist was, was mich sehr inspiriert. Und wo ich auch natürlich immer wieder hoffe, dass solche Persönlichkeiten auch nahbar bleiben und sich dann nicht irgendwie wegschließen und sagen, ich will einfach mein Leben leben, was ihr gutes Recht wäre. Aber dann wäre so ein bisschen natürlich die Inspirationsquelle weg. Deswegen hoffe ich persönlich natürlich, dass wenn Kloppo da dann aufhört bei Liverpool, dass er vielleicht dann tatsächlich auch mal, weiß ich nicht, vielleicht ein Buch schreibt oder auch mal mehr zu Podcasts geht oder vielleicht tatsächlich auch Trainings gibt. Wer weiß, also wie er sich dann noch da entscheiden wird. Aber tatsächlich ist das für mich persönlich so ein inspirierender Führungstyp. Sagt Martin Almendinger, Gründer und Geschäftsführer von OMM Solutions. Bei seinem Flop hat er gelernt, dass eine Geschäftsidee nicht nur gut sein muss, sondern auch ein vorhandenes Problem lösen muss, um erfolgreich zu sein. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Anja. Dankeschön. Wenn es keinen Wettbewerb gibt, dann gibt es auch keinen Markt. Diesen Tipp haben Martin Almendinger und seine Kollegen bekommen, als sie für ihre Verhandlungsplattform nach InvestorInnen gesucht haben. Und kein Markt bedeutet auch kein Interesse. Ein wichtiger Faktor, den man bei der Gründung beachten sollte. Auch mein nächster Gast musste lernen, dass man sich nicht zu sehr in die Lösung verlieben darf, wenn man erfolgreich sein will. Dejan Stojanovic ist mit seinem Startup gescheitert und hat sich sogar mit seinen Mitgründern zerstritten. Sie haben typische Fehler gemacht, sagt er heute. Obwohl Dejan Stojanovic damals schon großer Fan von Fuck-Up-Nights war, auf denen UnternehmerInnen offen über ihre Fehler sprechen. Warum ihn das aber nicht vor seinem eigenen Scheitern bewahren konnte, hat ihr nächste Woche hier im Flopcast. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann folgt oder abonniert uns kostenlos. Mein Name ist Anja Bolle. An dieser Folge haben Stefan Siegert und Imke Zimmermann mitgearbeitet. Stanley Baldauf hat die Episode produziert. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Tschüss. Der Flopcast. Wenn Scheitern zu neuen Träumen führt. Euer Podcast für UnternehmerInnen und Unternehmer. In Kooperation mit Lexware. In Kooperation mit Lexware.